Modelltest 10 Teil 1 Sie hören die Nachrichten im Radio Hören Sie nun die Abendnachrichten. Ein Schüler aus dem bayerischen Memmingen ist heute in der Früh mit scharfen Waffen an seiner Grund- und Hauptschule aufgetaucht und hat dort auch geschossen. Nach Drogen gegen Schüler und eine Lehrerin flüchtete der Junge auf einen Sportplatz in einer Nachbargemeinde. Dort schoss er ebenfalls um sich. In der Schule wurde Alarm ausgelöst, alle Schüler wurden von der Polizei aus dem Gebäude gebracht. Über Stunden sicherte die Polizei die Wohngegend rund um den Sportplatz. Es herrschte große Sorge, dass es Verletzte oder Tote geben könnte. Letztlich konnte die Polizei den Schüler überwältigen. Er ist nun in einer geschlossenen Anstalt eines Krankenhauses untergebracht. Angeblich soll er Streit mit seiner Freundin gehabt haben. Die Waffen hatte der Junge offenbar seinem Vater gestohlen, der im Schützenverein des Ortes aktiv ist. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Alle Mannen Realschule Müllheim Wenn Sie sich über unsere Veranstaltungen informieren wollen, wählen Sie die 1. Wenn Sie Ihr Kind für das neue Schuljahr in Klasse 5 anmelden wollen, wählen Sie die 2. Wenn Sie mit dem Sekretariat verbunden werden wollen, wählen Sie die 3 oder warten Sie am Apparat. Hier die Informationen zu den Anmeldungen für das kommende Schuljahr. Diese können am Dienstag, 22. März oder am Mittwoch, 23. März vorgenommen werden, jeweils in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr. Mitzubringen sind die Grundschulempfehlung und die Geburtsurkunde sowie ein Passfoto. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Altendorf wollte gegen 15 Uhr ein 6-jähriger Bub die Burggasse überqueren. Gleichzeitig fuhr ein Auto auf der Strasse bergaufwärts. Am Steuer saß eine 45-jährige Frau. Es kam zur Kollision zwischen dem Wagen und dem Kleinen. Der Bub erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Helikopter in eine Spezialklinik nach Zürich geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwitz in Verbindung zu setzen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Meine Damen und Herren, auf Gleis 7b fährt ein der Regionalexpress nach Heilbronn, Hauptbahnhof über Eberberg. Abfahrt 13.34 Uhr. Nächster Halt ist Heidelberg Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunftszeit 14.07 Uhr. Ich wiederhole, der Regionalexpress nach Heilbronn, Hauptbahnhof über Eberberg fährt auf Gleis 7b ein und fährt um 13.34 Uhr ab. Nächster Halt ist Heidelberg Hauptbahnhof. Voraussichtliche Ankunftszeit 14.07 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Hier noch eine ganz erfreuliche Nachricht in unserem wöchentlichen Umweltmagazin, die wieder einmal zeigt, wie viel Fantasie Kinder haben können und dass wir uns so manches Mal ein Beispiel an ihnen nehmen sollten. Die Kinder von Plant for the Planet haben ihre eigene Schokolade entwickelt. Die gute Schokolade. In den ersten vier Wochen wurden bereits eine Viertelmillion Tafeln vom Handel bestellt. Die Kinder produzieren die Schokolade so, wie sie jedes Produkt auf der Erde erzeugen würden. Fair und klimaneutral. Die gute Schokolade gibt es auch auf Facebook. Dort sammeln die Kinder kreative Ideen, wie man mit Schokomops die Aufmerksamkeit auf die gute Schokolade lenken kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun, bevor wir zum Ende unseres wöchentlichen Beitrags heiße Tipps für Kids kommen, möchten wir euch noch zur Teilnahme an einem Wettbewerb auffordern. Die Kunsthalle Bremen bringt in Kürze ein Computerspiel über Malerei heraus und dazu braucht sie eure Hilfe als Testspieler und Spiele-Tester. Geht also auf die Geolino-Webseite, klickt euch durch die Testversion und schreibt eure Meinung darüber. Diejenigen, die die hilfreichsten Tipps dazu geben, wie man das Spiel weiter verbessern kann, lädt die Kunsthalle Bremen für ein Wochenende zu sich ein, und zwar vom 18. bis zum 20. März. Zusammen mit den Spieleentwicklern fertigt ihr dann die Endfassung des Spiels an. Die Testversion und einen Fragebogen findet ihr unter www.geolino.de slash Kunsthalle Teil 2 Sie nehmen an einem Schülervortrag zum Tag der Umwelt teil. Zum heutigen Umwelttag an unserer Schule haben wir, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, ein paar Tipps zu umweltbewussten Verhalten zusammengestellt. Wir freuen uns, dass auch unsere Lehrerinnen und Lehrer dabei sind und bedanken uns für ihre Hilfe bei der Vorbereitung. Also, wir haben uns in zwei Gruppen geteilt. Wir, aus Klasse 8, sind die erste Gruppe und wir werden über das Auto und über nützliche Tipps für den Schulalltag, aber auch für den Alltag zu Hause sprechen. Die zweite Gruppe, Mitschüler aus der 9., sagen dann etwas über Heizung und Ernährung. Ihr erlebt ja sicher ständig, dass die Erwachsenen das Auto nicht nur für längere, sondern leider auch für kurze Strecken benutzen. Aber ihr selbst seid ja auch zu verwöhnt. Statt euch mal mit dem Auto fahren zu lassen, könntet ihr ja auch mal zu Fuß zum Fußball gehen oder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Seid ein gutes Beispiel für eure Eltern und erklärt ihnen, dass sie bestimmt einen großen Teil ihrer Wege, vielleicht so ein Drittel oder Viertel, beispielsweise zum Bäcker oder zur Freundin um die Ecke, auch laufen könnten. Denn Autos verbrauchen Treibstoff, der verpestet die Luft und das ist schlecht für die Atmosphäre. Zurzeit besitzt jeder Zweite in Deutschland ein Auto und es werden immer mehr. Stellt euch vor, wie sehr das dem Klima schadet und die Luft verschmutzt. So, was können wir nun als Schüler noch für die Umwelt tun? Da sind zuerst einmal unsere vielen Hefte. Achtet darauf, dass ihr sie vollständig beschreibt und beide Heftzeiten benutzt. Und statt aus weißem Papier sollten die Hefte aus umweltfreundlichem Papier sein. Was jetzt das Pausenbrot betrifft, so seid ihr es, die verhindern könnt, dass die Butterbrotpapiere auf dem Boden landen. Außerdem benutzt ihr für das Pausenbrot am besten eine Butterbrotdose und nicht Plastik oder Alufolie. Es ist auch nicht schön, dass leere Getränkeflaschen im Gebüsch verschwinden. Die Flaschen könnt ihr, getrennt nach hellem oder dunklem Glas, in die entsprechenden Glaskontainer werfen. Plastik solltet ihr sowieso so wenig wie möglich verwenden. Zum Beispiel halten Spitze aus Plastik längst nicht so lange wie Metallspitzer. Mappen aus Pappe sehen auch sehr schön aus. Es müssen keine Plastikhefter sein. Auch täglich zu Hause könnt ihr euch umweltbewusst verhalten. Wenn ihr einen Raum verlasst, macht das Licht aus. Und wenn ihr den Fernseher oder den PC nicht mehr benutzt, stellt die Geräte komplett aus, also über den entsprechenden Knopf oder über die Steckdose und nicht über die Fernbedienung. Denn im Wartebetrieb sind die Geräte in Wirklichkeit noch an. Das heißt, es fließt immer noch eine Menge Strom. So, das waren unsere Tipps zur Schonung der Umwelt. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Wir geben jetzt an die zweite Gruppe weiter. Teil 3 Sie sind an einer Straßenbahnhaltestelle und hören, wie sich eine ältere Frau mit einem jungen Mann über ihr Leben als Rentnerin unterhält. Grüß Gott, Frau Pichler. Wie schön, dass ich Sie treffe. Wie geht's? Ja, grüß Gott, Simon. Danke, gut. Und wie geht's in der Buchhandlung? Na, Sie wissen ja, wie das vor den Sommerferien ist. Alle wollen Bücher kaufen für die Ferien. Aber Sie fehlen uns. Ohne Sie macht das Arbeiten im Geschäft nur noch halb so viel Spaß. Das ist nett, dass du das sagst. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt in Pension bin. Das freut mich. Sie sehen auch sehr gut aus. Richtig erholt und fit. Aber ich kann mich erinnern, dass Sie das mit der Pension letztes Jahr gar nicht so positiv gesehen haben. Sie hatten ein bisschen Angst davor. Ja, am Anfang war es ganz schön schwer. Mir hat die Arbeit gefehlt. Ihr, die Kunden. Mir war schrecklich angweig. Ich hatte zu nichts Lust und hab nur vor dem Fernseher gesessen. Und dann? Ja, dann hat mich mal eine Freundin dazu überredet, mit ihr zu einem Treffen von ihrem Nordic Walking Verein mitzukommen. Was? Wandern für Pensionisten? Sag mal, musst du mich denn immer ärgern? Das Treffen war sehr nett. Die laufen erst eine Stunde oder so und danach gehen alle ins Vereinshaus zum Kaffee trinken. Und jeder kann Freunde mitbringen. Auch wenn sie nicht im Verein sind. Und ich mache jetzt auch Nordic Walking. Den Anfängerkurs. Ich wusste gar nicht, dass Sie so sportlich sind. Ja, es ist nicht nur, um fit zu bleiben. Man hat dort sehr nette Gesellschaft. Na, das ist ja toll. Frau Pichler, ich wollte sowieso diese Tage anrufen und Sie was fragen. Ja, dann frag doch. Wir haben uns eh überlegt, dass wir jetzt ab Herbst was Neues machen wollen im Geschäft. Einmal im Monat. Vielleicht auch öfter. Also, wir wollen einen Büchernachmittag machen. Für Kinder. Wo über Bücher erzählt wird. Wo jemand den Kindern aus Büchern vorliest. Wo die Kinder auch über die Bücher erzählen, die Sie lesen. Tolle Idee. Könnte von mir sein. Ja, genau. Und deshalb wollen wir, dass Sie mitmachen. In der Kinderbuchabteilung haben Sie doch immer am liebsten gearbeitet. Und die Kinder fragen auch nach Ihnen. Wirklich? Aber ob ich das kann? So als Vorlese, Oma? Ich weiß nicht. Aber natürlich. Da ist meine Straßenbahn. Ruf mich morgen Nachmittag an, dann sprechen wir nochmal drüber. Hä? Servus, Simon. Auf Wiederschauen, Frau Pichler. Bis morgen. Teil 4 Eine Journalistin diskutiert mit der Volksschullehrerin Eva Fink und mit Paul Egger vom Verein Kindernothilfe über das Thema Kinderarbeit. Hallo, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung mit dem Thema Kinderarbeit. Über diese traurige Situation wollen wir diskutieren. Und deshalb haben wir zwei Gäste hier im Studio. Frau Fink, Lehrerin an einer Volksschule und den Herrn Egger im Verein Kindernothilfe. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Egger, Kindernothilfe unterstützt unter anderem den Kampf gegen Kinderarbeit. Seit wann ist der Verein tätig? Gegründet wurde die Kindernothilfe Österreich im Jahre 1996 mit dem Ziel, möglichst vielen Kindern in den ärmsten Regionen der Welt zu helfen und für sie eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Dank der vielen Spenden konnten wir bis jetzt tausenden Kindern in 18 Ländern rund um den Globus ein besseres Leben ermöglichen. Das ist toll und schafft Hoffnung. Wenn man aber bedenkt, wie viele Kinder weltweit leiden, wird man richtig depressiv. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation müssen mehr als 215 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren regelmäßig und zwar mehrere Stunden am Tag arbeiten. davon 115 Millionen unter extrem schlechten Bedingungen. Sie schuften für einen Hungerlohn oder ganz ohne Bezahlung. Frau Fink, den meisten Kindern in unserem Land geht das sehr gut. Ahnen Ihre Schüler, wie es anderen Kindern geht? Nein, überhaupt nicht. Auch wenn ich meinen Schülern erzähle, wie der Kinderalltag in armen Ländern ausschaut, können Sie sich das nicht vorstellen. Kein Wunder. Für uns ist das ja auch total unbegreiflich. Sie wollten Ihren Schülern aber auf eine interessante Art und Weise die Lebensrealität anderer Kinder näher bringen. Können Sie uns bitte erzählen, was Sie heuer in Ihrer Klasse gemacht haben? Also, zuerst haben wir einen Dokumentarfilm über Indien gesehen. Viele Kinder müssen da arbeiten, weil ihre Familien bitter arm sind. Indien ist auch eins der drei Länder, wo die meisten Fußbälle hergestellt werden. Leider oft von Kindern. Herr Egger, ist dort Kinderarbeit etwa erlaubt? Natürlich nicht, aber wer hält sich an Gesetze, wenn man nichts zu essen hat? Genau. Und da man beim Fußballspiel nur an den Spaß denkt, wollte ich meine Schüler für das Leid dieser Kinder sensibilisieren. Im Film hatten sie gesehen, wie Kinder die Waben, also die 32 Teile, aus denen ein Ball entsteht, mit mehr als 700 Stichen zusammennähen. Und weil das Bild nicht reicht, um sich in die Situation dieser Kinder zu versetzen, habe ich Nadeln, Waben und Faden mitgebracht. Meine Schüler sollten dann versuchen, selbst einen Ball zusammenzunähen. Was? Hatten Ihre Schüler denn überhaupt Lust, da mitzumachen? Und überhaupt, haben sie es geschafft, den Ball zu nähen? Es gab keinen einzigen Schüler, der das nicht ausprobieren wollte. Sie waren alle so gerührt. Wie sie sich vorstellen können, war die Aufgabe aber überhaupt gar nicht leicht. Und genau das war ja mein Ziel. Dass meinen Kindern bewusst wird, mit wie viel Mühe so ein Ball hergestellt. Sie haben dann gesagt, dass sie mindestens eine Woche für jeden Ball bräuchten. Die Kinder in Indien müssen allerdings zwei Bälle pro Tag schaffen. Tja, lebendiger hätte man das wirklich nicht zeigen können. Herr Eggern, und wie kamen Sie mit der Klasse in Kontakt? Nach der Erfahrung mit dem Fußball waren die Kinder richtig empört. Sie wollten unbedingt etwas gegen Kinderarbeit tun, unbedingt den armen Kindern helfen. So haben sie gegen Ende des Schuljahres in der Schule einen Bazar organisiert. Sie haben überall in der Stadt Plakate aufgehängt, die Bürger über ihre Absicht informiert und jede Menge Sachen zusammenbekommen. Diese Aktion war ein großer Erfolg. Das gesammelte Geld, etwa 3.500 Euro, haben die Schüler der Kindernothilfe gespendet. Hier möchte ich noch etwas Interessantes erzählen. Die Kinder haben eigenes Spielzeug für den Bazar abgegeben. Aber das waren alles Sachen, mit denen sie immer noch gerne spielten. Sie wollten aus Mitleid zu den armen Kindern auf ihre Spielsachen verzichten. Ich finde das Ganze, wie sie das Interesse ihrer Schüler geweckt haben, einfach toll. Wenn es solche Lehrer an unseren Schulen gibt, da kann man ja auf eine bessere Gesellschaft hoffen. Herr Egger, ich hätte jetzt eine andere Frage. Was kann jeder Einzelne von uns gegen Kinderarbeit tun? Na, zunächst einmal Vereine unterstützen, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen, wie zum Beispiel die Kindernothilfe und natürlich nur Produkte aus fairem Handel kaufen. Woran kann man solche Produkte erkennen? Das sind die Produkte mit dem Zeichen Fairtrade. Aha, da kann man also sicher sein, dass keine Kinder dafür gearbeitet haben? Nicht so ganz. Fairtrade unterscheidet zwischen Kinderarbeit und Kinderausbeutung. Das heißt, wenn Kinder arbeiten, um ihren armen Familien zu helfen, trotzdem aber zur Schule gehen, ist das okay. Und natürlich unter der Voraussetzung, dass die Arbeit der Gesundheit der Kinder nicht schadet. Aha, verstehe, verstehe. An dieser Stelle ist leider unsere Zeit zu Ende. Ich möchte mich auch im Namen aller Kinder der Welt bei meinen Gästen bedanken. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.